Der Boke – The Guy Slot Hi, hier ist Franky von den Casino News. Der Boke – The Guy Slot von Microgaming ist eine echte Erfrischung für die kommenden sonnigen Tage. Bei diesem Spiel gibt es keine drehenden Rollen, Scatter-Symbole oder Freispiele. Der eher einfache Boke – The Guy Slot erinnert an klassische Flash-Spiele, die wir früher alle gerne gespielt haben, um die Zeit tot zu schlagen. Du kämpfst im Spiel gegen The Guy, das ist eine fiese Gestalt, die die Stadt schon seit einer Weile terrorisiert. Dabei kannst du Punkte und Gewinne sammeln. Du wirst mit den Waffen auf Guy und für jeden Wurf der Waffe wird der Einsatz deiner Wahl festgelegt. Das Ziel ist es, The Guy zu treffen. Die Waffe wird komplett nach dem Zufallsprinzip geworfen. Wenn du den Kerl triffst, gewinnst du einen Multiplikator, der von 200 bis 500 reicht. Multiplikatoren werden ebenfalls nach dem Zufallsprinzip vergeben und können den Jackpot auslösen. Abonniere meinen Kanal, damit du als erstes informiert wirst, wenn es etwas Neues oder Interessantes in der spannenden Welt des Online-Gameblings gibt. Besten Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. ! Willone Plan!!